Der Let's Dance-Juror muss einen traurigen Schicksalsschlag verkraften, sein Vater ist verstorben. Der Kubaner litt vor seinem Tod an Covid-19. In wenigen Wochen wäre er 100 Jahre alt geworden. Seit 2013 sorgt Jorge Gonzalez als Juror bei Let's Dance mit seinen extravaganten Outfits und lustigen Sprüchen stets für gute Laune. Nun gibt es allerdings traurige Nachrichten von dem 54-Jährigen, sein Vater Gudelio ist gestorben. Das bestätigte Jorges Management auf Nachfrage von T-Online. Jorge Gonzalez Vater starb kurz vor seinem 100. Geburtstag. Das tragische, Ende September hätte Gudelio seinen 100. Geburtstag gefeiert. Jorge habe geplant, in Kürze dafür zu seinem Vater zu fliegen, um die Feierlichkeiten zu planen und Zeit mit ihm zu verbringen. Die beiden pflegten ein inniges Verhältnis, sahen sich trotz der Entfernung regelmäßig. Wie Bild berichtet, starb der Kubaner am 29. August an den Folgen einer Corona-Infektion. Aufgrund der schlechten medizinischen Versorgung in seiner Heimat habe er sich nicht impfen lassen können. Die Nachricht vom überraschenden Tod seines Vaters habe Jorge nach der Aufzeichnung zu einer TV-Show mit Eckart von Hirschhausen erfahren, erklärte sein Management. Jorge Gonzalez lebte bis zu seinem 17. Lebensjahr auf Kuba, zog dann nach Europa, um zu studieren. Dort wurde er als Model entdeckt und startete 2009 schließlich seine TV-Karriere, als er die Nachfolge von Laufstegtrainer Bruce Daniel bei Germany's Next Topmodel antrat. Seit 2013 ist er Jurymitglied bei Let's Dance.